doch mein hase erst mal scheißegal ich will das hell wir brauchen zwei fällen noch liegt der hause fälle habe ich schon mal so ne er kann ich nicht mehr haben sie gefixt da liegt jetzt nur noch der kopf das ist ich hab grad nicht aufgepasst und hab jetzt mal voll die fackel durch die nase gerammt riecht gut ich bin verbrannt aber kann man machen zeigt mir den richtigen kassi hasi hasi okay mal her ja ich bin doch wieder in die webseite eigentlich hätte ich gerade voll voll durchgerannt bin weil guck mal am strand beach party bunnies seestände hätten wir im angebot lustig 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 da rennt doch so weit weg du bist wieder angegriffen dann heulst du wieder um äh ich bin angegriffen sie werden angegriffen ja so hierfür ist ja glaube ich keine hasen gerade davor als du mal auf dem schiff fähr fest saß es weil du nichts zu essen das habe ich auch am strand witzigerweise voll viele hasen dann immer gefunden so drei vier am stück ich hab dir den stock überschädel gezogen ja gut wie gesagt die einzige die mich schlagt da bist du sowieso du ja passt doch also aber dieser schlag hat den stoff von meinem stock gewickelt trololol kann man sagen was gehen wir jetzt einfach erstmal kurz auf dem schiff pennen weil wir sowieso schon hier sind dann gehen wir dann gleich genüsslich ein paar hasen zerfetzen noch die ganz harten gangster wir schlagen uns mit hasen und solange du hasen schlägst du dich mit ihnen schläfst das glück ist gut das hatte ich jetzt nicht vor nein ich schlafe mit hasen außer sie ist ein flau und man kann mit denen kuscheln aber jetzt nicht so schlafen schlafen oh das war knapp das war knapp hui ich bin der meister auf mehr stoff und pillen damit ne uhr nehme ich auch noch mit schön dass die koffer nämlich auch schon wieder alle zu sind kann ich nochmal den ganzen stoff rausholen und die snickers die ich in letzter zeit sehr oft gefressen habe weil ich so Hunger hatte das ist aber keine gesunde ernährung das weiß ich aber ist mir egal selbst öffnende koffer sind mir die liebsten das ist auch selbstreinigende koffer koffer oder koffer die mehrzahl von koffer ist koffer gut weil die koffer vielleicht sind nicht die koffer ich würde auch koffer sagen aber und die koffer aber ich habe schon Leute gehört die haben dann koffer gesagt was wir immer her ist die komisch die koffer die koffer macht du den apple jetzt mal kaputt geht doch das ist die koffer fehlt die koffer die idee will der koffer fehlt ja kohle ich dachte das soll es doch zwölf sekunden auftaucht nachdem man im wasser ist keine zwölf sekunden leute das war ja schon wieder sofort zu frieren vielleicht warst du schon vorher ein bisschen gefriert ich war schon vorher ein bisschen gefriert und der mutter schön ja das freut mich was zu trinken hier einstecken fünf sie drei sie autumn wie so ein gefügeltes schaf bitteschön ich werde sowas von geschlagen sobald mich das nächste mal siehst ja ich würde sowas von sterben weist freitag sehe ich dich das nächste mal wahrscheinlich bist du da der zahl also jetzt kommt man auch dann sieht sich die maulsperre angekettet an diesem stuhl und denkt mir so dann brauche ich die sechsten zähne weil ich dann kein kiefer mehr habe oder was dann kriege ich ein stroheim hier trink wahrscheinlich dass ich den rest meines lebens im ganzkörper gips irgendwo auf krankenbett und dann genau dann wie so bei wenn er schmeißt du mich in die luft reißt die matratze weg und ne neue hin ich fall wieder runter reißt die decke von mir gehen haften jagen ich habe gerade kopfkino ich finde das sauwitzig weil ich kann an diese szene denken muss aus werner beinahe ach dann gehe ich halt ohne dich hasen jagen ich bin schon auf dem weg männer morgen nein nein was ist passiert ich hab die guten bären getötet oh nein die guten von der oma endlich endlich ich will das doch mitnehmen ja ein speer ja oh gott wie waren das jetzt nochmal mit dem speer ähm zwei davon ein seil ne ein seil war es nicht war es stoff nee ok upgraded spare wie macht man das denn nochmal ähm ach drei dinger waren es genau so auch damit ist das jagen viel einfacher drei knochen dreimal knochen und ähm stoff ach das ist der spiel ich habe das falsche ding genommen ah damit geht halt auch das kanickel jagen und so viel einfacher von stoffen ja und das fischen fischi 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 ja so ein hasi habe ich ich habe auch eine hasi ein eichhörnchen ein eichhörnchen ja das wusste er ja so hin hier vorne ja zwischen deinem bein wusste er er hoppelt im kreis auf stein gehauen toll ich hab ihn verloren genau wie ich dich verloren habe sie sind auf stein gestoßen so dann können wir erst mal zurück unser bett fertig bauen ich bin ein mensch also ein wild mensch oh mein gott sie ist ein wild mensch sind will mensch stativ umgeschmissen lieber ausspielen lieber ausdrücklichen willen also in den ganz kleinen häusern weil er so bescheiden kann durch erste gehen was passiert sind so gut abgefackelt schreinig gehört wahrscheinlich was bei dir in echt in real life ein mensch oder die ganzen typen wo sind die ganzen leichen in die ich mühevoll hingelegt habe zusammen geholt ja wahrscheinlich fertig ein bäckchen allerdings kannst du dem nur speichern das ist du schlafen kannst du nicht zu dem nur speichern was ist das für ein sinnlos auch ausgeblendet wegen der sonne entschuldige bitte war meine schuld es ist doch gar nichts mehr hier steht doch alles vielleicht bei einem anderen lager da hinten irgendwo bei den beiden mit aus gebraucht unter umständen ja okay keine ahnung weiß ich nicht du was außerdem heißt das geld da lox das heißt wir müssen das heißt wir müssen wir müssen baustellen das ist doch wurscht hallo na na ich suche mein ich suche mehr alter kommt zurück dass der völkerwanderung da ist der völkerwanderung junge ja ja ich wollte eigentlich in die luft werfen ich habe da vorne geflogen ja völkerwanderung doch gesagt hast du völkerwanderung ja oh ein köpfchen bin gar nicht da hallo hier bin ich jetzt winkt doch nicht auch noch was geht die spawnen und spawnen wieder einer ist aggro geworden junge du willst brennen doch oder ja also man so sehr stinke ich jetzt auch nicht du nicht ich schon kommt der ding damit aber hatte ich war ich war es zu ende und dann können wir wieder holz umgehen fährst du mich los mami fahr mich ich fahr gleich mal mit deinem arsch kirmes alter da hast du aber nichts mehr zu lachen das verspreche ich dir ich bin nicht wirklich die beste das ist gut das kommt noch ein stück weiter vor ich denke so ist in ordnung das ist genauso wieder wie gerade wenn wir mal eine brille ja ich habe ja noch zwei rumliegen zwar die ich aktuell nicht auf habe eine tür das ist besser denke ich so kannst gerne schon bei holz sammeln gehen wenn du möchtest dort hier noch einen moment bei mir ihre leitung wird gehalten du 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 der rei stand so kann ich nicht bauen ein rei ist dahin warum man so hätte ich doch mal gesagt ich doch ins knie und deine so ein wagen hat mein wagen vollgeladen weil mit vortex denke ich war eine doppelklappe schon hart wenn man sich selber sagt dass man die klappe halten soll oder ja gut ich meine ich fühle ja auch in twitch-chats selbstgespräche das stimmt das ist schon traurig was mit dir los ist schon hart ich fühle mich halt so einsam in der wg ich wäre gerne einsam wenn ich ehrlich bin in dieser wg jetzt papa 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 mama sitz platz aus auf die bühne sowieso schon du weißt warum du weißt ganz genau warum hier ist was unsichtbares dass ich draufhüpfen kann komm mal her worauf stehe ich denn bitte schön ist hier bei dir vielleicht zufällig bei seinem baumstamm? keine Ahnung ich bin gerade selber bei mir beim fällen ich fliege Hooray ähm das noch nicht aber schade wie tust du einem denn gefallen? man kann ja nicht alles ja ich weiß ich fühle den leuten immer den spaß ja ich sitze so voller erwartung und dann verkacke ich es auch noch und dann so oh wirklich ja man du blutest ja nicht mal ist ja langweilig das war nach dem motto ja das ist ja nur eine Schürpfund das ist keine fleischwunde das warst du beim nächsten Mal bitte besser genau dein arm ist noch dran also das geht jetzt aber nicht Böser Worteck das prob ich mir nochmal Cut Szene nochmal aber 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 nein nichts aber es wird schon lange neu gedreht bis es passt es tut aber so weh es ist mir egal ja und so sieht es dann hinter den Kulissen von The Forest wirklich aus genau in Wahrheit nehmen wir das hier zum 500. Mal aktuell dieselben Sachen auf mit den exakt denselben Sprüchen und so ja es ist doch sowieso alles gescriptet ich bitte dich als wenn du irgendwelche freien Meinungen oder sowas in das Let's Play fließt was du hast ne Meinung alter übertreibs jetzt mal nicht Meinungen sind ganz buh also die sind böse das darfst du nicht na 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 nachher glauben Leute doch du wärst selbstständig und 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 könnte es auch noch eigenständig denken na ja das ist schlimm ne ja ne 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 nachher kommt noch die NSA und 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 wer weiß was noch nicht noch alles und dann 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 sage ich dir du dann dann habe ich gesagt okay ich habe aufgehört zu rauchen und dann bot man mir eine Zwirretta und ich hab gesagt ich wäre das alle unten